So schnell sieht man sich wieder. Herzlich willkommen, liebe Medienvertreter, zur abschließenden Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen die Fichtown Pinguins aus Bremerhaven. An dieser Stelle begrüßen möchte ich natürlich die beiden Cheftrainer Thomas Poppich auf Seiten der Gäste und Sean Simpson auf Seiten der Adler. Und auch heute gebührt das erste Wort dem Gästetrainer. Als erstes mal einen schönen guten Abend und Glückwunsch an Herr Mannheim zu dem verdienten Sieg. Wir haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Nur wenn wir hier in Mannheim Punkte mitnehmen wollen, dann müssen viele Sachen zusammenkommen, müssen viele Sachen für uns sehr gut laufen. Wir müssen möglichst Fehler freispielen oder anders dem Gegner nicht zu einfach in der eigenen Zone die Scheiben geben und überlassen. Sondern wir müssen den Gegner weit wegbringen und das haben wir über weite Strecken gut geschafft. Aber dann in entscheidenden Momenten haben wir gerade in der eigenen Zone zu viele Turnover gehabt, die dann auch mit Toren beschafft wurden. Anfang vom Spiel Powerplay sehr gut funktioniert von Mannheim, die uns immer unter Druck gesetzt haben. Wir konnten uns da nicht so befreien, wie wir das eigentlich vorhatten. Und ja, dann rennt man immer dem Rückstand hinterher. Und man hat natürlich immer das Gefühl gehabt, dass Mannheim noch den Schlag drauflegen kann, um das Spiel für sich zu entscheiden kann. Trotzdem, wenn wir in den letzten vier, fünf Minuten mit einem Torrückstand gehen, dann ist es ein Schuss und die Mannschaft hatte den Glauben. Und trotzdem hat es eben hinten raus nicht gereicht, weil schlussendlich Mannheim das eine Tor ganz klar besser war. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Poppich. Schoan. Dankeschön. Von meiner Seite aus glaube ich, es war ein gutes Eishockey-Spiel. Fünf gegen fünf war es wirklich sehr ausgeglichen. Die Unterschiede haben wir auf unserer Seite auf Powerplay gemacht heute und wir sind wieder zufrieden mit den drei Punkten. Aber es war wirklich ein sehr attraktives Eishockey-Spiel. Viel Tempo von beiden Seiten und wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Meistens wegen einem starken Powerplay mit den zwei Toren und schauen wir auf das nächste Spiel am Sonntag. Danke. Vielen Dank, Sean. Gibt es Fragen an dieser Stelle? Sean, du hast McMurgy dann irgendwann ab dem zweiten Drittel zu Wolf und Festerling gestellt. Spare hat dann glaube ich gar nicht mehr gespielt. Hat er sich irgendwie eine Verletzung zugezogen oder was war da der Hintergrund? Nein, gibt es keine Verletzung. Und wolltest du den Merch deswegen auch so ein bisschen pushen, dadurch, dass du ihm so zwei Reihen nach vorne geschoben hast? Er hat doch eher Arbeiterei Ronny Arendt und Tutri. Nein, wir haben 13 Stürmer, wir haben alle 13 Stürmer genutzt heute und das war wie es war. Es war ein Entscheiden und so ist es, so ist es. Weitere Fragen an dieser Stelle? Das ist nicht mehr der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise zurück nach Bremerhaven. Viel Erfolg für die kommenden Spiele und wir sehen uns dann am 22. Januar wieder um 16.30 Uhr. Dann geht es gegen die Eisbären aus Berlin. Ihnen bis dahin noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Danke. Mitarbeiter